Hallo meine Mäuse, es geht weiter mit TheEvilWilin Wir hocken hier oben an der Scheiße, da sind ja zwei MG-Schützen sich gerade Ich hab gerade eben nicht drauf geachtet, was für Gegner rausgekommen sind Oh, hier kommt auch noch ein normaler Gegner Das ist uncool, da ist echt gerade eine uncoole Stelle Eigentlich müsst ihr doch hier hinter... Ach Gottchen, ach Gottchen Ach du dickes, dickes Arschloch So, hier waren zwei Wo hockt denn jetzt der andere? So, den krieg ich eben angezündet Auch wenn der echt so eine Halbstarre liegt So Den krieg ich jetzt aber noch schnell down Den meint ich jetzt eigentlich nicht Aber es ging gerade nicht anders Warum werden die eigentlich nicht getroffen? So, hier hinter müsste ich... Ja Gut, hier gilt gleiches Gesetz für alle Das war nämlich eben, war das nämlich genauso ein Gitter, wo ich jetzt hab, durchzuschießen Zwei Spritzen habe ich Warum... Was hat der gemacht? Warum stellst du dich zum Spritzen hin? Oh, der wich nicht Was hat der da gerade gemacht? Ich glaube, der ist ins Paradies aufgezogen Das hat er nicht interessiert Ach fuck Komm, lad nach, lad nach, lad nach Ah, toll Die Deckung bringt mir hier echt einen Scheiß So, jetzt ist hier Ruhe Wo ist der Zweite? Da ist er Der Kasperle Jetzt ist mal hier Direkt ein Rosettenschuss in den Hals So War nämlich auch zum Glück mein letzter Schuss Deswegen passt das ganz gut Der hat irgendwas verloren Nein Nichts außer sein Leben Nichts von Bedeutung Dann gehe ich mal zum Zweiten Ich musste ja, glaube ich, sowieso hin Hier war nämlich der Der hat sich nochmal eingeschissen Oder gekotzt Ich weiß es nicht Hier war nämlich dieser Aufzug Was eigentlich gar kein Aufzug ist Das ist ein Seitzug Ja, ein Seitzug Wenn ein Aufzug dich nach Aufbringt Dann bringt ein Seitzug dich zur Seite Schließe ich gerade mal so Hey, hier liegt Werkzeug Überall Werkzeug Werkzeug ist fein Überall Werkzeug Ich packe es in meine Hose rein Es ist zwar viel Doch es ist klein Deswegen schieße ich auf das brenne Fast du dickes Schwein Schatz, das ist erblich da getroffen Ist auch geil Ich sollte mal ein bisschen Auf die Umgebung achten Hier wird nämlich wahrscheinlich Jetzt ein bisschen die Die Wutzi brennen Oh, die haben irgendwas Monotov-ähnliches in der Hand Ach, das war nur einer Ich dachte, hier wäre auch nur einer Sie auch alle zur Seite fallen, ne? Hoppala Das ist nicht eigentlich eine natürliche Reaktion, dass man nach einem Schuss nach hinten fällt Oh Wohin läufst du? Okay, du bleibst da stehen Das ist cool Das ist cool, fällst du? Ja, du fällst auch Weil ich weiß noch nicht wie, aber du fällst Du dicker Pimmel Entschuldigung Es tut mir leid Es ist Es ist ein Moment Da ist es gerade über mich gekommen Ich werde darauf achten, dass sowas nicht mehr passiert Pisse Pisse Ja, der fällt natürlich nicht runter, ne? Der Mann mit der Mit der Krawatte Ja gut, dafür lässt der Monotov-Cocktail fallen und verbrennt Also das ist auch nicht gerade viel klüger Ansonsten fände ich das sehr diskriminierend, wenn der jetzt klug gewesen wäre Ähm Irgendwas ist doch gerade an mir vorbeigeflogen Das klang doch gerade wie eine Axt oder sowas Da war es schon wieder Wer schmeißt hier mit einer Axt auf mich? Jung Ah, ich dachte, ich schieße oben noch auf das Fass Das wäre so eine geile Aktion gewesen Ach komm, ist da was Saugeil Aber mir sieht hier alles gleich aus Das sieht aus wie das Ding, wo eben der Spiegel stand Nur mit einem weißen Auto an der Seite Ich glaube, das andere war grün Wenn da überhaupt ein Auto war Das ist wahrscheinlich eh wieder nur 500 Ey, 1000 Das war jetzt aber fand ich nicht so groß Also ich habe da kein Auge für die Dinger Jetzt sind die auch einfach alle gleich groß Egal ob 100 oder 30,5 Billionen Die sind alle gleich aus Wo geht es hier unten eigentlich lang? Oh Ich falle runter Aber Der ist mir etwas voraus Der Kasselano Der wusste genau, wohin er springt Wir hätten hier echt mal ein bisschen mehr verstecken können Ich finde für so eine große Stadt Ist das doch sehr Also hier liegt halt nichts an Items Sehr, sehr leer Wenn ich überlege, dass in einem Krankenhaus an jedem An jeder Theke 38 Munitionskugeln standen Was habe ich eigentlich mit meinen 38 oder Süß Ey Ach leck mich doch am Arsch Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen Aber klar, Brain Jetzt ergibt das auch Sinn Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ich habe einmal zu oft gedrückt Gut, meine Schlüssel hat jetzt keinen Sinn ergeben Aber dass da diese Hörnflüssigkeit rauskam Ich glaube, ich bin nämlich Müde bin ich Ähm Schon mal an so einem Teil vorbeigelaufen Da hätte ich wahrscheinlich auch schon drauf drücken können Aber Ich bezweifle, dass da auch ein Schlüssel drin war Das wäre so ein bisschen einfallslos Wenn jetzt in beiden Dingern ein Schlüssel drin gewesen wäre Einmal drücken, kommt das Okay Das sammeln wir dann auf Zweimal drücken Aber wie er dagegen haut Kommt das Okay, dann drücken wir nochmal gegen Aber dann ducken wir uns direkt Warum waren die denn zuerst grün? Hui Okay, und das war's Aber immerhin Schlüssel Vielleicht komme ich ja doch noch auf ein Drittel der Truhen geöffnet Und ich glaube nämlich Ich glaube, es war jetzt nur noch eine Ich habe eben Etwas ist eben in mir gestorben Deswegen habe ich nicht mehr so auf die Truhen geachtet Weil ich gesehen habe, dass da doch noch ein Drittel waren Okay, da war ein Speicherraum Aber da gehe ich trotzdem mal eben rein Um zu gucken, ob da irgendein Castellano Brief liegt Ich hoffe, ich kann den Schlüssel auch direkt einsetzen Aber Die sind so uninteressant Da ist immer nur Scheiße drin Tagebuch von Sebastian Castellanos 11. Juli 2012 Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor Ich weiß nicht, was schlimmer ist Dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint Oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott denjenigen bestrafen Der dafür die Verantwortung trägt Beistehen Nicht bestrafen Gott beistehen Gott ist cool Gott bestraft niemanden Also ich denke, das Feuer mit dem Haus und dass der kleine gestörte Ruben Ruben Lady, wie auch immer, seine Schwester von Norden, das hat irgendeinen Zusammenhang Aber nur welchen, oh Gott, warum knallt meine Nachbarin so in die Tür hoch Zu dieser unchristlichen Zeit Ich verliere den Verstand Ja, das passiert so langsam Langsam aber sicher Ja, das ist Warum ist die Kamera jetzt so komisch? Hallo? Bist du da, hasserfüllter Mann? Nein, er ist nicht da Ja, dann würde ich sagen, hauen wir eben den Schlüssel rein Fühlen Sie sich besser? Sieh, besser Und dann verpissen wir uns von hier auch mal ganz schnell wieder Ich finde, hier sollte irgendwas zur Heilung sein Weil Das ist so krankenhausmäßig Jetzt werde ich aber die linke Tür oder Türe trotzdem noch öffnen Dann haben wir hier wenigstens tatsächlich ein Drittel geöffnet Oh, 7.000, sehr schön Und es hat sich gelohnt Finde ich Also 7.000 sind Ja, es sind 7.000, ne Ja, was hole ich mir denn jetzt? Also ich würde sagen Dann macht man die 33 jetzt platt Also die 30.000 beziehungsweise Und holen uns jetzt Die Sprintdauer auf Maximum Ja Das sieht doch gut aus Also 10 Sekunden insgesamt Und Schnellere Regeneration Jetzt bin ich mal auf die Regeneration gespannt Oh ja Okay, okay, okay Also die ist mindestens doppelt so schnell Das ist echt süß War da noch irgendwas auf dem Boden? Ja, kann ich die Scheiße öffnen? Ne Das ist einfach nur ein Pappkarton Und kein Holzkarton Ja, hier sind Holzkartons Dr. Stefan Karton Der Karton, den die Kartons vertrauen Ich kann dieses Licht Diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm Und hier aus dem Pall sehen Es scheint alles zu durchdringen Auch nicht Was ist das? Diejenigen springt nicht meine Erinnerung Und dennoch ist sie realer Als alles, was ich hier erschaffen habe War sie immer da? Ach, ist das so weg? Die Dinge, es ruft Es drängt zurück Es zieht die anderen an Sie denken Ich will Ein langen zurück Was sie verloren haben Doch sie wissen nicht einmal Was das ist Aha Äußerst pornös Ich würde sagen Sonst ist hier nichts Aber ich muss gerade auch Sagen oder gestehen Dass ich die Orientierung Etwas verloren habe Kidman? Nicole Kidman ist irgendwo Gut, hier ist der Speicherer Das heißt, ich bin Von da gekommen Okay Dann Hier links ist nichts Und hier rechts Ist was Das ist doch cool Das ist doch Das ist doch fein Oh nein, nicht wieder Wasser Oh nein, nicht wieder Wasser Ich muss schnellstens darüber Ja Ich könnte aber auch einfach Viel Spaß Das abknallen Was halten wir denn von dieser Idee? Soll ich den Kopf getroffen Aber ich freue mich Als ein Kopftreffer geworden ist Das sind diese Schüsse Die sich ein bisschen unschlüssig Beim Schießen sind Okay Ich glaube ich sollte da rein Sau geil Hat zwar jetzt meinen Plan Bisschen auseinander gebracht Weil ich eigentlich die alte retten wollte Aber ich meine Solange ich hier meine Surfbretter habe Ist eigentlich alles cool Alles ist cool Ach, nö. Manchmal versuchen, die abzuschießen, aber das wird eh nichts bringen. Da bin ich mir sicher. Das ist oft bei so Penis-in-Arsch-Gegnern. Hier liegen Flaschen. Da hängt eine Leiche. Hier ist eine Treppe. Ich entscheide mich für die Treppe. Warum? Weil es trocken ist. Pistolen-Munition. Hier könnte ich eigentlich meinen Plan weiter ausüben. Hilfe! Da sind zu viele! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Einer weniger. Zwei weniger. Ah, okay, die ist trotzdem in Panik. Was macht der denn da? Jung, das ist mein Jettu hier. Der hat ein Gewerner, der hat. Ich denke, das wird noch zum Vorteil sein, dass ich den abgeknallt habe. Aber sonst ist hier nichts. Hier kann ich auch nicht runterspringen. Nee. Nachladen kann ich auch nicht mehr, da ich keine Emotionen mehr habe. So, ich würde jetzt auch trotzdem sagen, ich gehe mal ganz schnell aufs Auto, weil dieses Pimmelwasser viel noch irgendwo ist. Und, ich schmeiß die weggetretene Flasche. Ganz schnell auf, 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 ganz schnell auf. Ich wollte jetzt eigentlich die Leiche abschießen, aber ich habe hier die Flasche fallen lassen. So, abschießen und laufen, das ist der Plan. Abschießen und laufen. Ja, ich weiß nicht, warum der jetzt da lang springt, aber... Oh, das Vieh ist jetzt da, das frisst's. Gut, ich komme... Oh nein, da ist wieder so ein Blinky-Ding. Hey, hey, Blinky-Ding. Zwei Fische, die sind mein Ding. Das werde ich jetzt aber nicht mehr schaffen. Kann ich hier auch so ein Brett springen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso bist du nicht gesprungen? Wenn du schon so Zelda-mäßig nur springen kannst, dann mach es auch bitte. Nee, okay, okay, ich komme zwar drauf, aber das ist doch sehr... Scheiße. So, wie mache ich das jetzt? Eins... Zwei... Oh nein! Nein, 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 nein. Schwimm 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 es durch nee ich dachte er wäre durch du blöde Schnäpfe okay also mein Plan war im übrigen die beiden Leichen runterschießen ich denke was heißt Plan ich denke das ist das was man machen muss und dann schnell euch das Türchen schwimmen ja das ist das was ich vorhau äh Ach toll, jetzt bin ich wieder hier Aber ich gehe trotzdem noch nach oben Die Scheißfiecher lasse ich jetzt leben Weil Das hat anscheinend eh nichts gebracht Ich glaube, die hat auch weniger Angst vor den Typen Ich glaube, die hat mehr Angst vor der Tür Dass sie Angst hat, dass wenn die weg geht, dass die Türe die dann angreift Dass sie die quasi Dass sie die Türe zuhält, damit die Türe nicht aufgeht Das ist, das müsst ihr nicht verstehen Aber ich glaube, das ist die Sorge von ihr Das ist ein Traum, das ist Denkt an die Traumschiene Das kann hier tatsächlich so sein, es ist ein Traum Dann versuchen wir jetzt aber wenigstens mal die Scheiße Mit einer Flasche zu machen Vor allem hat er überhaupt gesagt, dass das ein Traum ist Wie komme ich auf Traum? Weil ich das irgendwie mit Inception in Verbindung gebracht habe Die sind ja nur über die Erinnerungen verbunden Aber irgendwie bin ich dann auf Träume hängen geblieben Dann hatte ich Leonardo DiCaprio im Kopf Leonardo Castellano Und dann fertig war die Geschichte Wie man so schön sagt Dafür muss ich den Typ mir auch ein bisschen abknallen Weil ich glaube, der wäre mir hier echt auf den Sack gegangen Ach, das war gerade schon sehr knapp Das schaffe ich wieder nicht Das schaffe ich wieder nicht Das schaffe ich wieder nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Komm, komm, bleib offen, bleib offen, bleib offen Nein, oh fuck, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin im Wasser, ich verrecke Was willst du tun, wenn du vom Heim gefressen wirst Willst du ihn fressen, da kannst du gleich nach Hause gehen Ich lasse jetzt oben Wobei der wird mir echt zum Problem Da bin ich mir sicher, wenn ich ihn ins Leben lasse Aber ich werde es trotzdem mal probieren Es ist einfach Die Knarre auswählen Treffen Obwohl er nicht trifft Laufen Springen Schwimmen Gewehr auswählen Und den dann eben Ja, ich wusste es Ja, fuck Das war wirklich fuck Aber gut So, fuck hat sich erledigt Das ist zu knapp Ich müsste quasi Bevor das Ding Anfängt zu piepen Kurz davor schießen Aber Das ist natürlich auch gut Mit Timing und mit Fallen mit Glück Timing und Glück Das passt irgendwie nicht Gut, also jetzt habe ich zumindest Ah, das kriege ich aber hin Das kriege ich aber hin Oder, 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 oder Doch, das müsste ich hin Schnell hier hoch Ich weiß nicht, ob ein Fickafisch mit rausgekommen ist Aber ja Ich gucke mal auf die Zeit Ja, ich werde den Part jetzt hier auch an dieser Stelle beenden Ich bedanke mich für das Einschalten Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder dabei seid Tschüss meine Mäuse Tschüss« Tschüss » Bis zum nächsten Mal.